Hier unsere Starfotografin Mona, die die geilsten Pferdefotos macht überhaupt. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar habe ich heute ein Fotoshooting und ich habe mir gedacht, ich nehme euch mal ein bisschen mit. Viel Spaß! Wir machen gerade ein Fotoshooting mit der Mona und ja, wir sind jetzt schon eine Stunde dabei. Jetzt habe ich gedacht, ich hole dich mal die Kamera. Der Espresso ist schon sehr, sehr anstrengend. Du willst gleich mal ein Follow-me-around-Espresso. Was sagst du? Das kommt nicht in YouTube. Na klar! Espresso! Jetzt ist er gut drauf. Ich bin ziemlich witzig. Bin ich witzig? Was wollt ihr von ihr sehen? Was kannst du uns bieten? Ich war schon in Dubai. Super! In der Wermika! Immer wieder! Kommt jetzt hier noch mal ein Knaller? Ne, kommt kein Knaller mehr. Ich bin jetzt nicht mehr witzig. Na ja, vielleicht fällt dir ja noch was ein. Wir sind ja noch einen Moment da, gell? Ja, vielleicht. Ich habe ein paar Leckerlis einstecken. Ja, hallo! Warum kann ich dir bring, Isabel? Das riecht so viel zu krass. Da kann man gar keine Fotos sehen mit dem Handy machen. Das wäre natürlich besonders bezaubert auf einem Bild. Und was sagst du jetzt? Ja, die Isabel ist ein bisschen gestretzt. Wir müssen jetzt hier die Stimmung hochhalten. Na, aber dann. Aber warte, ich mach noch kurz einmal die Haare füllen. Toll, Isabel! Ja! Toll, Isabel! Jetzt behalte es mal in der Hand, weil ich hab nur noch gelegt jetzt. Ja, ich glaub, es geht ja die Gegend. Immer auf der anderen Seite bei seinen Füchern. So, cool. Ja, gell? Ja, gell? Ja, gell? Was ist hier? Brenn. Espresso, die weiß, wie es läuft. Ja, genau. Es hat es gleich geschafft. Die ist schon mit Nerven am Ende. Ja. Isa, und jetzt lassen wir den gleich mal frei und dann kann er sich hier austoben. Ich weiß es nicht. Wir probieren es, Isa. Du bist heute so durch dick und dünn mit dem gegangen. Jetzt nochmal. Lara, du hast Frau. Los! Auf! Mit der stimmt was, ne? Du gelohnt es. So, es geht dem Ende zu, unser Fotoshooting. Mona hat Engelsgeduld, hat aber bestimmt auch super, super schöne Bilder gemacht. Soll ich jetzt die Kila hier lassen? Ne, den nimm er mit. Ich halte nicht das Pferd, bist du verrückt? Nein, aber... Sir, ja, Sir. Danke. Kein Problem. Ich mach mal einen Doppel. So, die Kuh muss hinterher, ne? Ja. Ich mach das wieder zu. Ich hab Angst, dass ihr mir ausbüxt. Ach so. Und hier ist aber schön. Super. Ja gut, dann mach ihn ab. Wahrscheinlich bleibt er jetzt sowieso bei dir. Ja. 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 Hier unsere Starfotografin Mona, die die geilsten Pferdefotos macht überhaupt. Ihre E-Mail-Adresse wird nachher eingeblendet. Also alle, die tolle Fotos wollen, können sich dann direkt an Mona wenden. Danke. Bitte. Ach ja, ich hab was vergessen. Mona macht natürlich nicht nur Fotos von Pferden, sondern auch von ihren anderen Haustieren wie Hunde oder schöne Fotoshootings von Hochzeiten, Katzen. Ganz egal. Geht einfach auf ihre Seite. Schaut, was sie so alles macht. Sie macht's echt klasse. Wo zieht die Schuhe aus? Oh, die sind jetzt voll so schön. Ich eile zu hinten. Okay. Das Pferd wird ja hier total auf die Radio nicht helfen. Okay, warte, komm, wir sind schon auf den Weg. Drei. Das Pferd ist ein Tick. So, follow me around. Wir sind frei. Wir sind frei. Wir sind frei. Nee, jetzt sind wir nicht für ein freies Versuchs. Das ist kacke. Komm schon mal, wie pozitiert. Lisa, wir sind durch für heute. Danke an das Team. So macht man das doch im YouTube-Bini. Darüber kann ich lachen. So ihr Lieben, wir sind jetzt fertig mit Schuten. Ich habe hier noch mein Kleidchen an. Und am Anfang haben wir irgendwie ein bisschen vergessen zu filmen, weil wir alle Hände voll zu tun hatten, weil der Espresso so nervig war. Und ja, es hat auf jeden Fall total viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt aber überall verkratzte Beine, verkratzte Arme, weil der Espresso mich als Wannhaufen gerannt ist. Aber es war echt total cool. Die Mona hat richtig schön viel Geduld mit uns gehabt. Danke, Mona. Und ja, ich bin jetzt schon total gespannt auf die Bilder. Freue mich total. Und ja, ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.